Hallo, schön, dass Sie hier sind. Ich bin Annette Hartung und ich bin vom Fach. Ich bin Rechtsanwältin und mit der strategischen Ausrichtung von Kanzleien befasse ich mich schon seit vielen Jahren. Zuletzt war ich Chefredakteurin des großen Anwaltshandbuchs Kanzleien in Deutschland. Heute kann ich Sie dort unterstützen, wo Sie wirklich das Schuh drückt. Ich betreue Sie in der Entwicklung und in der Außendarstellung Ihrer Sozietät und zwar ganz umfassend, denn ich kenne sehr viele Vergleichsfälle. Wenn Sie in einem zunehmend gepressten Markt nicht mehr gut positioniert sind, dann wird das richtig gefährlich. Es kann Sie Mandate kosten und wenn Sie gut ausgebildeten Nachwuchs verlieren, dann wird das richtig teuer, dann kommt Sie das teuer zu stehen. Lassen Sie uns doch gemeinsam auf Kurs gehen und gegensteuern, damit Sie rundherum zum einen passend aufgestellt sind, und zum anderen angemessen dargestellt werden. Denn, um es mit Aristoteles zu sagen, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ich freue mich auf Ihre Mail oder Ihren Anruf. Vielen Dank.